Hallo und herzlich willkommen bei NerdArea, ich bin der Gabriel und wir spielen Resident Evil 7 Biohazard, ja, aber irgendwie will er jetzt den Controller haben, ja, will den Controller haben, okay, okay, ich hasse es halt den Controller zu schießen, ähm, okay, ganz schön viele Sachen zu mir auswählen und ich würde eigentlich lieber mit Tastatur und Maus spielen, aber anscheinend muss ich nicht den Controller spielen. Hey Baby, ich wollte dir nur schnell Hallo und ich liebe dich sagen. Oh, gute Nachricht, ich komme bald nach Hause, yay! Ich kann's gar nicht erwarten, mit diesem Babysitterjob fertig zu sein und wieder zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Ich vermiss dich. Ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan, ich vermiss dich so sehr, ich schick dir tausend Küsse. Tschüss, Baby! Tschüss, Baby! Ethan! Du hattest recht. Ich hab dich angelogen. Das war falsch, aber ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht, such mich nicht! Okay. Sollten Sie suchen gehen. Das ist doch wahrscheinlich die Quintessenz, oder? Hey, hier, äh, ist Ethan. Oh, hey, alles in Ordnung. Du warst auf einmal verschwunden? Ja, ja, nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Es ist Mia. Sie ist nicht tot. Sie lebt, sie, sie, sie ist zurück. Sie wurde gefunden? Wie? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Tja. Ich weiß nicht, wie. Aber sie ist zurück. Wieder zurück. Vielleicht ist es ein Scherz. Sie will, dass ich komme und sie hole. Wo ist sie? Dalvi. Dalvi, Louisiana. Mann, es sind jetzt drei Jahre. Ich weiß, ich weiß. Aber was, wenn sie es ist? Ich muss rausfinden, was passiert ist. Doch, mit rechts. Naja, wir spielen mal mit dem Controller. Hier sollte es sein. Halt ja noch ein bisschen weiterfahren können mit dem Auto, oder? So, kann ich jetzt ein bisschen gewitern, oder was? Irgendwo kommt jetzt schon ein Jumpscare gleich. Ja, soll das ja ziemlich cool sein. Ich hasse Horror-Spieler, ne? Du weißt, das ist natürlich die perfekte Herausforderung für mich mal wieder. Verdammt! Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ich meine, das ist ja jetzt erst mal die Einführung irgendwie, ne? Ich habe kein... Nehmt ihre Gabe. Okay. Okay. Das war ziemlich schnell weggelaufen, oder? Das konnte ich nicht runter, okay. Die Rocket Beans Leute haben gesagt, das ist das gruseligste Resident Evil, was sie bisher gespielt haben. Ich bin gespannt. Ich sehe denn hier was, wenn ich hier drangehe? Wenn wir mal hier gucken. Achso, ne, ich dachte das nicht wieder. Das passiert ja noch nicht so ganz so viel. Da liegen tote Vögel. Scheint ein böser Ort zu sein. Okay. 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 Und dann ist das so was, das ist natürlich immer klasse. Jetzt ist die Frage, ist das wie bei der Pt. Wie bei der Demo von Resident Evil 7 hier? mit diesem Geist-Link ist das hier. Sieht nämlich gerade so ähnlich aus, aber nur ein bisschen, weil die Linkste hier auch war. Jetzt gehen wir echt hier ins Dunkel. So was hasse ich. Ich glaube, ich bin ein eher Einziger, oder? Das ist doch zum Kotzen vor allem dieses Drehen und dann ist da was, oder so. Sonst scheiße habe ich keinen Bock. Schöne Gemälde. Ich meine, es ist gerade dasselbe wie bei der Kitchen-Demo, ne? Es ist gerade Kitchen-Demo-mäßig, aber ich verstehe nicht, warum, weil dasselbe. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich weiß nicht, ob ich für sowas geschaffen bin. Das ist halt... Das ist jetzt nicht mega krass, ne? Bisher so. Also man wird sich noch mega erschrecken. Ich mein... Ich kenn's halt auch. Ach, das ist ja cool. Das ist ja... Ist das hier so mein Safe-Raum oder was? Naja, egal. Es hat ja nie viel passiert. Ich glaub, mehr als eine Folge am Tag werde ich hier nicht aufnehmen, aber ich spiel zu viel Schiss davor. Jetzt ist das hier mit der Videokamera. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist ja wie... Das ist ja wie in der Demo oder nicht? Bin ich bescheuert? Das ist doch der Typ jetzt kommen, oder? Das war's für heute. Verdammt! Oh, come on. Also, es ist alles rein intuitiv, ne? Ich hab halt damals das geguckt, beim Kronx, die ganze Zeit. Okay, was ist denn das für Wasser, Blubber? Oh, come on. Ah. 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 also der sound ist schon echt mega ekelhaft wo kommt man denn hier rein, auf der anderen Seite, wenn ich das nicht mitnehme als Waffe Mia William, Clancy, dead, turned, dead, turned Mia, ist doch offen das sieht nicht so gut aus Mia, Gott sei Dank habe ich dich gefunden, ich bin's, Ethan Ethan, Ethan Ist das in Ordnung? Du solltest nicht hier sein Was meinst du? Du hast mich kontaktiert Nein, nein, habe ich nicht Habe ich? Hat dich jemand gesehen? Hat er dich gesehen? Ja, wer ist noch hier? Was geht hier vor sich? Daddy kommt, wir müssen gehen Daddy? Wir müssen gehen, jetzt Wohin führst du mich? Zu einem sicheren Ort Wirst du mir erzählen, was hier los ist? Süße, du warst drei Jahre weg Drei Jahre? Wirklich schon drei Jahre? Was, was ist das hier? Was haben sie dir getan? Nicht jetzt Wir müssen erst hier raus Ich glaube, es ist hier lang Ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt irgendwie den Herr gelockt hat und böse ist oder so Mia, wir müssen reden, die Nachricht, die du mir geschickt hast Nicht ich, das war nicht ich Aber das hast du Hab ich nicht Okay, gut Erzähl mir nur, was hier los ist Ich sag dir alles, was ich weiß Wir müssen hier entlang Ich kann mir vorstellen, dass die mir uns verarscht oder so Mia, weißt du wirklich, wo du hingehst? Die Familie hat mir da Essen durchgereicht Ich erinnere mich Dort Dort ist es Hier ist es Ich kenne diesen Raum Es gibt noch eine Tür hier Ich bin mir sicher Sie ist nicht da Sie ist weg Sie ist weg I001 Wir werden eine Familie sein Jetzt, wo du da bist Das für das Es gibt noch eine Tür hier Ich bin mir sicher Sie meint, ich bin Was? Jetzt, wo ich da bin Wird es eine Familie geben Die lockt mich da in irgendeine Scheiße Mia? 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 Oh Gott, ey Alleine schon zu der Bauer Geheimgang Küche Hintereingang Ich gehe auf jeden Fall mal hier lang Dort, wo es Ich denke, wenn das Die wollen, dass ich hier gehe Ich hoffe, dass jetzt Toll, und jetzt gehe ich in den dunklen Keller runter Ja? Ach, komm mal Man kann doch nur langsam gehen Ja Das ist Mia Mia? Ja Mia? Warte! Ich kann sie hören. Ich kann fühlen, wie sie sich in mich zurückkämpft. Raus! Lass mich in Ruhe! Ich war böse. Ich verdiene das. Was zur Hölle bist du, Mia? Was ist denn RB? Lass mich in Ruhe! Wir sind alle tot hier! Hä? Ja? 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 Das ist nie der beste Trip den der hatte ey. Ja? 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 Bei den Dachboden würdest du rauskommen. Dachboden. Geh da hin. Jetzt! Ja? 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 Nein? Ja? Ja? So, hier kann man dann den Knopf drücken, aber wir gehen jetzt erstmal hierher und speichern. So, ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao.